Lilika Zauberlap Lernen mit Begeisterung Hey, kleine Forscher, habt ihr schon diese Kugeln auf den Blättern gesehen? Ja, wusstet ihr, was diese Kugel macht? Ich erkläre es euch. Die Garlwespe legt ihre Eier und sie schickt ein Kommando an das Blatt. Danach baut das Blatt Häuser um die Eier. In diesem Haus ist genug zu essen für die Raupe. Und sie ist auch sehr geschützt, denn außen ist es steinhart. Wenn die Raupe sich zu einer schönen Wespe verwandelt, macht ihr die Tür auf und fliegt fröhlich in die Natur. Und jetzt pass auf, es gibt verschiedene Wespenarten, die es genauso machen. Toll! Und jetzt bitte ich euch, in die Natur zu gehen und nach einem solchen Blatt zu suchen. www.delikazauberlap.com